Kann ich dich mal kurz sprechen? Ja, hey, Sandy, das ist Polly Prince. Weißt du noch Middle School? Hey, na, wie geht's? Oh, wow, okay. Sandy Lyle, ich weiß noch, als ich dich das letzte Mal gesehen hab, da hast du in diesem Film Dudelsack gespielt. Crocodile Tears. Stimmt, das war ich. Polly, halten Sie mal eine Sekunde. Ja, entschuldigt bitte. Dauert nicht lange. Was ist denn los? Okay, Ruben, ich hab ein Problem. Wir müssen sofort gehen. Nein, können wir nicht noch im Augenblick bleiben? Nein, nein, ist eine ernste Sache. Ich hab grad geschürzt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich wollte furzen, da kam ein bisschen Scheiße mit raus. Ich hab geschürzt. Also lass uns gehen. Du bist der ekligste Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Sie müssen herumgehen und Wein ausschenken. Hören Sie, Polly? Konzentrieren Sie sich einen Augenblick.